so moin oder und willkommen zu einer neuen folge von league of legends heute spiel ich mal als morgana als supporter so habe mir startitems holt und geht mal bot lane jinks just that you know it's my first time so ja okay jetzt schau ich gerade noch ich habe hier nebenbei noch so ein guide offen anscheinend muss ich zuerst meine e-skill so what up team ja das only one thing okay was los ja auf jeden fall spiele ich als morgana das erste mal was ist los weil timo also der hier hat den vorher ausgewählt also vor mir jetzt erst mal kurz gelesen sorry beschützt ein verbindenden champion bis zu fünf sekunden und fängt dabei bis zu 70 machen abverhindert bis zum zerbrechen dass der champion kampfunfähig gemacht wird ok verflug bereich dunkelbindung vorher einen dunklen ergie stoß ok dann geht es jetzt mal los lol ja auf jeden fall spiel ich jetzt ah shit sorry das erste mal als supporter wie schon gesagt weil timo eben weil timo lol ok das war jetzt nicht unbedingt schlau äh what the fuck wieso kann ich meine e net benutzen äh ja scheiße ah so geht es lol ah ja sorry leute dass sie auf jeden fall im moment noch so nubisch bin ich spiele morgana zum ersten mal so da können die jetzt rein das macht irgendwie schaden ok meine e schützt den auf jeden fall meine w macht irgendwie ein bisschen schaden das habe ich jetzt schon mitgekriegt so könnt ihr komm holt ihr doch ne oh komm jetzt ah shit sorry oh gott ich muss es jetzt echt erstmal irgendwie checken lol ach du scheiße oh what the fuck geht hier ab na ok ne oh ja aber es geht denn hier ab oh sorry alter 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 gönn dir ach du scheiße ich bin echt nur für einen supporter geboren äh was ist das hier vorher dunkle energiestoß das können wir doch mal ausprobieren oh lol what alter mich die ganze zeit so richtig low bin ok back ja ok so komm dir gebe ich nochmal schutz ne ok ne 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 ahhh fuck 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 ja nice 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 shit sorry alter äh ja ich hoffe mal ich habe euch jetzt schon das ding da eingeblendet also gegen wen wir wie spielen was auch immer äh items gucken ok ich brauche auf jeden fall das teil 350 oh gott schnell noch zwei don't get poked down to first an und ok ja anscheinend sind wir nicht der einzige noob hier das schon mal gut ja auf jeden fall bin im neuen mikrofon mal am start habe meinen pc neu aufgesetzt von daher lol ist irgendwie komplett neu drauf was auch immer und ja so sieht's aus so dann hätte ich die mal ein bisserl an lol ja nice oh what the hell äh ja nice ja da hockt irgendjemand würde ich sagen oder oder auch nicht ja was gilt ich jetzt am besten oh gott ich habe keine ahnung jetzt seht ihr auf jeden fall mal wie es aussieht wenn ich die champion nicht unbedingt beherrschel ok komm kommt doch ja nice ok ein bisserl was habe ich jetzt auf jeden fall hingekriegt wie es aussieht aber auch nur ein bisserl was halt nein jetzt habe ich einen minion gehittet for real oh mann oh mann oh mann hä was macht denn jinks check ich nicht nein diesmal nicht ich habe kein wort nice ey wetten der ist irgendwo ja sag ich doch alter wie close so du verreckst jetzt mal shit scheiße alter ich bin richtig schlecht ähm healport ja lauf da schon mal schön durch ähm jinks bleibt mal bitte ein kleines stück zurück und ich muss mir jetzt irgendwie mal angewöhnen nicht so nah ans mikrofon zu gehen das steht jetzt auf jeden fall fest nein fuck nein nein oh fuck das war so dumm nein ja gut what the fuck da rage schon wieder jemand im chat was geht denn da was geht denn da nein fuck 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 scheiße ja oh nice oh shit alter dann hol mir als nächstes das item und danach das hier lol ist der auch gestorben oh nein oh nein ey nächstes mal zock ich sicher keinen supporter mehr das ist der letzte track den wir zucken können ähm ja annie brauchst du hilfe ja ne ja ne komm egal what annie what the fuck ich check rein gar nix im moment oh nein oh nein tristana verpiss dich so was macht meine ulti okay da ist auf jeden fall niemand das ist safe bumm jetzt kriege ich auch mal ein bisschen farm ja komm lass den tower kommen gönn dir nein ah sorry man ey naja genau genau what the fuck geht mit dem ab so jetzt drauf komm nein wieder verfehlt really ja jetzt verrückt verrückt einfach tu mir den gefalle shit bam wenigstens mal irgendwas getroffen meine ulti würde ja auch ganz gerne bald mal ausprobieren oh lol das war dumm wieso einiges jo jo what the heck what the fuck ey ne irgendwie habe ich jetzt schon keinen bock mehr auf das game soll ich mir das holen oh ich habe keinen plan alter oh gott ich glaube set ist auch derjenige der einfach richtig op ist der weiß halt echt wie man so ein champion spielt ja laber so ja was genau ich guck gut da ist niemand ah lol das heißt jinx ist echt noch ein richtiger noob ok ok ja dann ist alles ok ok ja dann ist alles ok scheiße scheiße alter nächstes mal zog ich echt jemand anderes noch mal so eine plamage muss nicht sein gibt schöneres ok wenigstens holen wir dann ziemlich schnell die tower jinx macht halt echt ordentlich damage ja den tower kriegen wir ja locker easy nice oh äh ich geh mal hier hin ich werde mich noch rächen oh man oh man oh man hoffentlich kriegen die nen tower mit ok ne nein wieder so close verfehlt hm ja ok zumindest ein kleines bisschen schaden nein ja chill mal komm ich hab ding da fähigkeit komm drauf ok dann halt nicht schade ich hab echt null plan wie man morgana zuckt es tut mir echt mega leid nein nein auch kommen komm trau auch so bissl schaden zumindest komm ja gut ich mein etwas was ist das wie op alter was oh ist so so jetzt schenks alter fuck alter ok dann hole ich mir jetzt das mana hatte ich bisher eigentlich keine probleme ich hole mir lieber stärke und rüstung ok full ap ich probier es oh mein gott annie ja genau oh shit alter was macht ein tristana jetzt eigentlich da hä muss man das kapieren ich weiß zwar dass ich im moment was komplett falsches mache eigentlich müsste ich auf meiner leben bleiben aber ich probiere halt echt beste aus dem spiel zu machen wort wir haben ganz praktisch und jetzt annie warte 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 ja jetzt drauf nein ne plan fickt dich einfach ok ne weg 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 oh nein oh nein oh oh shit alter ok ap haben wir gesorgt ja ok der hat schon geschrieben ich fühle mich gerade echt so scheiße schlecht alter man ok healputz gehen eigentlich immer ja ok wenn die das erklären you are the girl ich bin so scheiße schlecht tut mir jetzt auch echt leid für die die das angucken müssen so gehen dir meine ulti sollte vielleicht mal benutzen Nein, noch nicht, oh mein Gott, oh mein Gott, Alter, so ich lasse sie jetzt auf jeden Fall mal pushen, ja komm, lass sie einen Tower laufen, oh ja, egal, ne, ah, gut, lol, scheiße, wie dumm bin ich, ich glaub das nicht, nein, wieder nicht gescheit erwischt, ey, Master, bitte zurück, alter hin, danke, yo, yo, oh, ne, 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 alter, f*** dich doch, Ja, genau, oh, f*** das Game, ey, ich krieg echt gar nichts hin, scheiße, ja, genau, oh, was? Jinx hat echt noch Lepland bekommen, oh, oh, lol, was geht denn hier? Okay, ne, ich hör auf zu formen, nachdem Oh, ich komm, bitte Oh mein Gott, alter Ja, Timo So, Bams Jetzt war ich, war ich doch, oh jo Ey, Tristana Really Oh 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 Ne Scheiße Ähm, Annie Ja, gut, Annie überlebt auf jeden Fall alles Fuck Off Okay, was neues holen können wir auch nicht, na, geil das spiel macht doch mal wieder richtig bock oder jetzt bist okay so dann lasse ich die mal kommen lass die da noch kurz reinlaufen kommt das ist so ein trick ihr wisst gar nicht wie scheiße das ist wenn man keine ahnung hat wie man spielen muss morgana halt ja nice nein kommen könnt euch ja schade okay ulti war klar loll ich ja hä wie habe ich das gemacht ja komm oh lol jetzt bin ich da jetzt durchgelaufen nein 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 oh mein gott wie ich fiete 3 zu 6 alter ihr wisst gar nicht wie scheiße das ist wenn man einfach richtig schlecht ist egal nächste runde verspreche ich euch wird es besser da werde ich jemand anderes zocke und die morgana niemals hätte ich doch lieber suraka oder so gezockt aber ja genau lol lol ja okay ist da irgendwo jemand ne okay dann geh mal hier durch hm ja komm ne ne ey ey was ist denn das so oh ich bin ja fast down lol oh sorry leute sorry für schreien ich war es nicht ich war es nicht fuck ja genau lol lol ja genau hä ist der irgendwie afk oder was 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 ist das dispers ich bin leider nicht ganz so schnell oh gott nein ja was soll ich denn mache alter 1265 man aber echt richtig gut aber ich kann mir kaufen oder rabattons jetzt ja neu ist immerhin etwas ok ja tristana nein wie ich einfach richtig gefickt werde alter ja wobei das weit sinnlos das brauche ich nicht ich brauche stunden glas ja geil und jetzt ganz ehrlich mein form so ich würde sagen wir pushen jetzt echt mal top einfach durch so und jetzt mitte immerhin ein kleines bisserl angehittet nein das ist doch nicht mehr schön oh lol ne oh hilfe jo lol nein nicht schon wieder alter ich habe kein ja doch wtf wie habe ich das eigentlich überlebt wüsste ich jetzt mal ganz gerne bitte danke tschüss du verreckst elendig bam seit wann kriege ich das so gut hin oh gott ne da gehe ich nicht hin niemals komm gemeldet hier drauf da 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 drüben drüben lol bam wenigstens funktioniert mal irgendwas ja ok 4 8 immer noch 0,5er kd das ist echt traurig ist ähm ja achtung ja gut rinnt halt einfach rein hier ist ah ne blau ist da hinten ok jetzt weiß ich mal ähm ähm machen die Drake ok ne lol nein ah ich habe echt keinen Plan was ich machen soll es ist so ne verdammte scheiße ne geht ned es geht einfach ned ich glaub das ned junge wow that poison dude is also strong ne das finde ich jetzt aber ehrlich gesagt mal wieder everything is strong meine sind doch jinx glaub mir irgendwann wenn du es richtig beherrschst dann bist mega stark ja was machen die ah ne also mein genick ok ich probiere jetzt echt nochmal defensiv zu spielen moinsen annie moinsen annie boim ja 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 komm hä was macht denn annie ok ok wow 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 modell nichts mehr sorge nice ja gut trache toll ok das war saudung da ist auf jeden fall aufpassen hier ist irgendwie niemand da oben diese funzel gott alter ach so scheiße ich habe noch tp ganz vergessen also hier tut mir echt leid dass die folge jetzt irgendwie nicht ganz so spannend ist wie andere weil ich fiete wie auch immer trecks game alter schießt schon sina joh ja gut da hätte ich helfen müsse glaube ich Das ist so wunderschön. Oh Gott! Irgendwas einfach irgendwas. Ich konnte nichts mehr drücken. Ich habe keinen Bock mehr. Ja doch schon, aber... Nee, ich zog ganz sicher kein Game mehr mit Morgana. Ist eigentlich auch ganz praktisch, dass da manche Champions mal Free-to-Play sind. Und jetzt weiß ich wenigstens, Morgana ist die größte Scheiß. Ja, das seht ihr es. Die können schon schön reinrushen. Und wir... Fick doch die Hände, Alter. So, bin wir da da. Moin! Alles klar? Oh! Achtung! What the heck? Alter! Ah! Nein! Nein! Scheiße! Ja, tschi tschi, fertig. Fick doch die Hände an der Köln. Ey, komm, jetzt mach doch einfach fertig. Ja, gut. Endlich. Nie wieder Morgana, das sag ich euch jetzt schon. Aber soll ich jetzt mal langsam Level 7 sein oder so? Ich glaub das schon. Okay, nee, noch lange nicht. Das bin ich. Ja, ich will's jetzt gar nicht wissen. Ja, falls euch die Folge trotzdem irgendwie gefallen hat, was ich jetzt ehrlich gesagt nicht glaub, aber man weiß es ja nicht, dann würde ich mich über eine Bewertung freuen. Und ansonsten sehen wir uns bei der nächsten Folge mal sehen, was es wird. Und, ja, haut rein. Ciao! Ciao!